Selbstständiger Immobilienmakler oder als Angestellter Immobilienmakler arbeiten. Genau hinzuschauen, wer bist du selber, wo willst du wirklich hin und was sind deine Fähigkeiten? In diesem Video wollen wir genau dieser Frage mal ein bisschen tiefer auf den Grund gehen. Was ist besser? Was lohnt sich mehr? Was kann man verdienen? Was sind die Optionen? Und wenn wir uns das mal ein bisschen wirklich tiefer, nicht ein bisschen, sondern wirklich mal tiefer anschauen, dann kann ich eine Sache hier festhalten. Dass ein großer Teil der Makler wirklich in der Tat besser bedient wäre, wenn sie eher angestellt als selbstständig wären. Denn die Selbstständigkeit, und das kann man mit Fug und Recht so sagen, ist nicht für jeden das Richtige. Auf gar keinen Fall. Deshalb war ich auch früher der Ansicht, dass jemand, der nebenberuflich sich selbstständig macht, absoluter Müll ist. Heute sehe ich das wirklich anders. Denn die Selbstständigkeit bringt unheimlich viele Dinge mit sich, die man einfach entweder schon hat oder die man erlernen muss. Also Fähigkeiten, Selbstorganisation, Zeitmanagement gehört natürlich automatisch auch dazu. Eine wirklich hohe Disziplin, jemand, der aber ein Mensch ist zum Beispiel, der Anleitung benötigt, der selber gewisse Prozesse und Systeme und Strukturen nicht erschaffen kann, der wird als Selbstständiger wirklich Probleme haben. An einem Beispiel festgemacht. Wir haben im Prinzip in jedem Unternehmen drei Typen von Menschen. Die einen, das sind die Arbeiter, Mitarbeiter oder auch Worker. Dann haben wir die Führungskraft oder Manager und wir haben den Unternehmertypen. Und wenn du selbstständig bist, dann bist du erstmal alles drei in Personalunion. Also alles drei gleichzeitig. Das heißt also, du musst immer hin und her springen zwischen der Arbeit als Worker, Manager und Unternehmer. Und jetzt müssen wir uns einmal anschauen, was sind denn überhaupt die Unterschiede? Denn der Unternehmer, der ist im Prinzip derjenige, der aus der Vogelperspektive drauf schaut, der Strategie vorgibt. Was sind die langfristigen Ziele? Wo soll das Unternehmen hingehen? Der Manager oder Führungskraft ist jemand, der Anweisungen gibt und diese Dinge durchsetzt. Der aber auch verantwortlich ist, Strukturen und Prozessen zu folgen und die an Mitarbeiter weiterzugeben. Man sagt übrigens auch, der Unterschied zwischen einem Manager und einem Unternehmer ist, der Manager folgt Prozesse und setzt sie durch. Und der Unternehmer ist der, der Prozesse kreiert, also der ein System kreiert, der Strukturen kreiert. Also das ist mal der Unterschied. Und das ist halt nicht jedermanns Sache. Deshalb kleben viele Selbstständige auch oder laufen in diesem Hamsterrad. Das ist halt nicht so smart. Weil im Prinzip ist ja die Aufgabe eines Selbstständigen oder Unternehmens zu wachsen, zu blühen und zu gedeihen. Also permanent zu kreieren und auch auf jeder Stufe, auf dem ein Unternehmen steht, sich zu transformieren und weiterzuentwickeln. Und wenn jemand dazu keine Lust hat, dann wird er Weiterentwicklung immer persönlich stoppen. Und das macht halt keinen Sinn, weil dann wirst du immer die Gefahr laufen, auf Grund zu laufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du in Urlaub fährst oder wenn du vielleicht auch mal krank bist, wirst du ja immer deinen Laden abschließen. Das ist halt nicht die Attitude, die ein Unternehmer braucht. Ein Unternehmer braucht was anderes. Ein Unternehmen braucht eine gewisse Spannung, also ein Spannungsfeld, dass immer wieder was passiert, dass es immer wieder weitergibt. Dass neue Ziele gesetzt werden und auch neue Wege kreiert werden, wie das Unternehmen weiter wachsen kann. Und das ist auch der Grund, warum eben nur wenige, also sagen wir mal 10 Prozent in etwa, wirklich erfolgreiche Unternehmen sind, die über einer Million Jahresumsatz liegen. Das ist der Kern der Sache. Dann kommen wir zu den Fähigkeiten. Die Fähigkeit unternehmerischerseits, die sind nicht zu unterschätzen. Ich will das auch gar nicht jetzt schlecht machen oder schlecht reden, aber die sind halt auch nicht zu unterschätzen. Nicht jeder hat diese Fähigkeit oder hat auch gar nicht den Bock, diese Fähigkeit zu entwickeln. Also ist ja der Gedanke durchaus naheliegend, zu sagen, was wäre denn jetzt, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, also als beispielsweise Angestellter, wo all das schon da ist. Also wo es einen coolen Unternehmer oder eine coole Unternehmerin gibt, wo es coole Prozesse, coole Strukturen, ein 1A-Tippitoppi-System gibt und ich mich in diesem System, ja natürlich in gewissen Regeln, die natürlich ein Unternehmen hat, die vorgegeben sind, aber wenn ich mich da wirklich bewegen kann. Denn nicht jeder Fußballprofi gründet ja direkt einen eigenen Fußballverein, nur weil er gerne Fußball spielt. Also sucht er sich natürlich, wenn er wirklich gut ist, wenn er talentiert ist, wenn er was drauf hat, sucht er sich einen coolen Verein. Beziehungsweise, wenn er gut ist, kommt ja der Verein von alleine zu ihm und sagt, hey, wir haben beste Trainingsbedingungen, wir haben ein cooles Stadion, wir haben vor allen Dingen mordsmäßig coole Zuschauer. Also bei uns ist samstags oder sonntags, wenn Spiele sind, richtig was los. Auf den Maklerjob bezogen würde das ja heißen, das Unternehmen kreiert Leads, also permanent neue Verkäuferanfragen, die ihre Hütten verkaufen wollen. Und der Makler kann sich je nachdem dahin entwickeln, was er auch nach seinen Neigungen am besten kann. Der eine kann besser Immobilien verkaufen, der andere kann vielleicht besser den Einkauf übernehmen und die Bewertung von Immobilien, holt also die Aufträge rein und der andere hat mehr Spaß daran, diese zu verkaufen. Folge dessen spricht überhaupt gar nichts dagegen, als Makler im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Jetzt gibt es natürlich auch Lizenzsysteme, Franchise-Systeme, die hohe Provisionen versprechen. Aber, hier sage ich aber, da ist man eigentlich der Selbstständige im Unternehmen, was nichts anderes ist als das Haus im Haus. Das kann vielleicht für den einen oder anderen auch gut sein. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, dass diese Systeme in der Regel gar nicht so ausgereift, vor allen Dingen nicht so professionell strukturiert sind, wie sich das viele wünschen. Warum? Weil die Strukturen und die Prozesse sind halt doch nicht da. Und dann muss der selbstständige Makler eben sehr viel selber machen, meist eben auch die Verkäuferakquise, den Einkauf und den Verkauf. Also er muss auch wieder alles gleichzeitig tun. Und da sage ich auch ganz offen, dann kann er sich auch lieber selbstständig machen oder zum Beispiel mein Coaching buchen. Und er kriegt genau das und noch viel mehr, als er das bei einem normalen Franchiser bekommt und hat direkt die 100%. Also das hinkt für mich ein bisschen an der Stelle. Deshalb sage ich, such dir dann lieber einen wirklich guten Makler, und den solltest du dir auch genau anschauen, der die Struktur, die Prozesse und die Systeme hat. Der dir ein gutes Modell liefert. Denn hier ist es doch so, und das ist vollkommen legitim und auch nicht unehrenhaft, sondern cool, wenn du sagst, ich möchte mir diesen ganzen Kram, diesen ganzen Aufwand, wo der Unternehmer vielleicht in der Erschaffung des Unternehmens Samstage und Sonntage in die Erschaffung, also Kreation eines Betriebes investiert, da möchte ich lieber bei meiner Familie sein. Und ich möchte einfach Samstagabend nach der letzten Besichtigung auch Feierabend haben und den Deckel drauf machen. Ist total fein. Überhaupt kein Problem. Und schauen wir uns mal die Verdienstseite an. Der Unternehmer, der muss Finanzen managen, der muss mehr einnehmen, als er ausgibt. Also der muss einfach auch gut mit Geld umgehen können. Der hat hohe Kosten, aber natürlich auch, wenn er smart ist, hohe Umsätze. Also mehr Umsatz als Kosten. Der Angestellte, der hat aber vielleicht ein Auto, nicht vielleicht, sondern der hat ein Auto, einen Dienstwagen, also ein Firmenfahrzeug. Der hat ein Fixgehalt und der hat zusätzliche Provisionen und kann sich voll und ganz auf das konzentrieren, was er am besten kann. Nämlich zum Beispiel Immobilien verkaufen oder Einkauf und Bewertung zu machen. Also er kann den Fokus auf eine Sache richten. Und er muss eins nicht tun. Er muss sich nicht mit der Schaffung von Prozessen beschäftigen. Er muss keine unternehmerischen Tätigkeiten machen. Er muss nicht am Wochenende die Buchhaltung machen, vielleicht einmal im Jahr seine Steuererklärung. Aber er muss diese ganzen Aufgaben alle nicht erfüllen. Er hat auch nicht diesen Druck, ist dann folglich auch freier. Und wenn du richtig gut bist und in einem coolen Laden arbeitest, also einen coolen Maklerladen findest, also ein gutes Maklerbüro, dann kannst du auch richtig gutes Geld verdienen. Ob das jetzt 5.000, 8.000 oder 10.000 brutto sind, die lassen sich auf jeden Fall verdienen, wenn du einen guten Job machst. Also musst du dir die Frage stellen, vielleicht auch sogar noch mehr, 20.000 oder 25.000. Das kommt halt auf deinen Einsatz dann an und natürlich auf das System des Immobilienmaklers, bei dem du arbeitest. Die wichtige Frage ist halt, was für ein Typ bist du? Kreierst du lieber gerne Strukturen und Prozesse? Hast du die notwendige Disziplin, das auch durchzuziehen? Auch wenn es mal wehtut, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Oder bist du eher ein Typ, der in einem Team arbeitet, was schon da ist, der sich wohlfühlt, der gerne Prozessen eher folgt und der es auch gut findet, wenn er zum Beispiel einen Mentor hat, wenn er jemanden hat, der ihm zeigt, wie es geht. Dann ist auf jeden Fall der erste Schritt, definitiv besser als Angestellter zu sein. Nichts ist in Stein gemeißelt. Wenn du dich im Laufe der Jahre dahingehend entwickelst und möchtest dich doch selbstständig machen, kannst du das natürlich immer tun. Das ist ja gar keine Frage. Wobei ich dir raten möchte, Loyalität und wo kommt man her, sollte man auch nie vergessen. Hier ist noch eine Sache wichtig. Du musst dir immer darüber im Klaren sein, dass wenn du in die Selbstständigkeit gehst, wenn du unternehmerisch handeln möchtest, dann musst du auch bereit sein, die Fähigkeiten dazu zu erlernen und dann auch umzusetzen. Weil sonst wird das nicht funktionieren. Und da kommen wir zum letzten Punkt, nämlich dieser Tatsache, nebenberuflich einzusteigen. Und das finde ich heute tatsächlich besser als früher. Warum? Ganz einfach. Weil weißt du, wenn du in der Selbstständigkeit als Nebenberufler starten würdest, mit zum Beispiel noch einem Beruf, den du hast, dann kannst du erst mal testen, ob dir das überhaupt wirklich liegt. Und wenn du dann noch so ein System wie von mir an die Hand bekommst, als vollständiges Business in the Box, wo du eben über gewisse Dinge gar nicht nachdenken musst, weil ich liefere dir diese Strukturen, Prozesse, Anleitungen und Systeme, dann kannst du erst mal die ersten Immobilien verkaufen, die ersten Schritte machen und einfach beobachten, kriegst du das hin. Und du hast aber nicht direkt deinen Job gekündigt, hast nicht direkt alles auf eine Karte gesetzt, was viele getan haben, die heute da sitzen. Und ich sage dir ganz offen, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, wenn sie die Entscheidung noch mal treffen würden, das wahrscheinlich gar nicht tun würden. Also ist der Einstieg nebenberuflich oder versus erst mal als Angestellter zu arbeiten, auf jeden Fall eine sehr vernünftige Entscheidung. Und als Nebenberufler, hey, da kannst du alles testen, da kannst du alles ausprobieren, bisschen Geld investiert, eben um vernünftig dich coachen zu lassen und das System sozusagen an die Hand zu bekommen und direkt von vornherein zu lernen, wie es wirklich geht. Weil wenn du es als nebenbei nicht schaffst, ein paar Immobilien zu verkaufen, dann wirst du es hauptberuflich auch nicht schaffen. Denn ein, zwei Immobilien zu verkaufen, das ist nicht die Raketenwissenschaft, wenn du es von vornherein richtig lernst. Es ist dann eine Raketenwissenschaft, wenn du überhaupt nicht weißt, was du tun sollst. Und der Nachteil ist halt viele Ausbildungen, dass sie nur darauf ausgerichtet sind, eben eine Prüfung zu bestehen und so ein Zertifikat zu haben, aber sie haben keine hohe Praxisrelevanz. Das ist der Nachteil und lass dir das mit über 35 Jahren Erfahrung, die ich jetzt in diesem Bereich habe, so einfach mal deutlich sagen. Das funktioniert so nicht, weil es macht keinen Sinn, wenn du Maklerrecht bis zum Abwinken verstanden oder studiert hast, aber am Ende des Tages es bei einem Kunden nicht vernünftig erklären kannst. Und wenn du einen vernünftigen Maklervertrag direkt an die Hand bekommst und weißt, wie du die richtigen Kunden findest, dann wirst du niemals mit einem Kunden streiten. Du wirst immer dann mit einem Kunden streiten, wenn du am Ende nicht vernünftig deliveren, also nicht vernünftig liefern kannst, also den Verkauf nicht ordentlich machst. Das sind die wichtigen Eckdaten in der Betrachtung, ob man sich selbstständig macht, ob man Unternehmer wird beziehungsweise versus angestellt oder als Nebenberufler zu starten. Also ich finde, das macht absolut Sinn, sich darüber wirklich Gedanken zu machen und genau hinzuschauen, wer bist du selber und wo willst du wirklich hin und was sind deine Fähigkeiten. Und auch hier, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber du brauchst ein paar ganz grundlegende Dinge und die sind als Unternehmer eben nicht nur zu glauben, man ist ein cooler Verkäufer oder man kann gut reden. Das reicht nicht aus. Du musst technisch versiert sein, du musst dich eben mit Computern auskennen und so nach dem Motto, ja Laptop reicht schon und ein Telefon. Nee, das ist eben nicht der Fall, sondern du musst in der Lage sein, die Arschbacken zusammenzubeißen und eben wirklich Cold Calls oder Calls zu machen generell. Also Direktmarketing, du musst dich mit Marketing auseinandersetzen, du musst dich mit Werbung auseinandersetzen. Und weißt du, es ist immer total leicht gesagt, ja, das ist ja alles gar kein Problem. Nein, teste es aus, kriegst du das wirklich hin und ich sage dir genau an diesen Dingen, die ich in diesem Video gesagt habe, scheitern die meisten und beißen sich wirklich die Zähne aus, weil sie sich ganz, ganz grundlegende Dinge nicht gefragt haben oder es nicht gewusst haben und dann einfach im wahrsten Sinne des Wortes einen nackten Kampf ums Überleben haben. Also überleg dir weise, überleg dir gut, was kannst du und wo willst du hin und dann probiere einfach aus und zwar in Richtung nebenberuflich oder, und das ist übrigens auch ziemlich cool, weil wenn du nebenberuflich feststellst, ey, das ist eigentlich schon meins, ja, mir macht das total Spaß. Du aber auf der anderen Seite feststellst, dass das selbstständige Unternehmertum nichts für dich ist, dann kannst du immer noch ohne Probleme in ein anderes Business, also sprich als Angestellter arbeiten und wenn du zum Beispiel bei mir warst, dann bist du auch noch Top 1A ausgebildet und dann nimmt dich ein anderer auf jeden Fall mit Kuss an. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung und lass gerne ein Like da, ein Abo würde mich sehr freuen und mach's gut, bis dann. Ciao.